Moin Leute, der kommt weg. Wir machen nämlich erst den Mario-Kalender auf. Die Nummer 17, ne? Einen schönen zweiten Advent wünsche ich euch. Einen zweiten? Einen dritten Advent, oder? Ist ja crazy. Finger rein, aufreißen, abreißen, wegschmeißen. Und wir haben ein Auto-Worgan. Das ist geil. Der fährt mal direkt zur Seite. Und dann fehlt jetzt nur noch der Backup-Kalender. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss Leute.